Hallo sehr und herzlich willkommen zum neuesten Video hier auf dem Kanal und es ist mal wieder Zeit für eine Krimi-Launch, das heißt ich spreche über Krimi-Spiele, also Detektiv-Spiele, Exit-Spiele und heute habe ich auch ein bisschen was deduktionsmäßiges dabei. Warum erkläre ich euch gleich. Insgesamt haben wir sechs Titel und ich habe beim letzten Mal das Feedback bekommen. Das eine war kurz ist gut, also so wenig wie möglich natürlich Spoiler, klar, das soll ja auch so sein und wenn, Spoiler, dann wie beim letzten Mal mit einem separaten Bereich dazu. Und der André, also nicht der André Fuchsi, mit dem wir oft spielen, ein anderer André, der hat ein paar Kriterien aufgeschrieben gehabt. Das war eine richtig gute Idee und an den Kriterien würde ich mich heute mal ein bisschen lang handeln. Ich habe noch was Eigenes nochmal mit hinzugefügt, aber dann haben wir so eine größere Vergleichbarkeit zwischen den Titeln und das soll euch ja helfen bei der Flut, bei der Masse an Krimi-Spielen da draußen. Wobei ich immer auch ganz klar sagen muss, wir haben jetzt sechs in vier Monaten in etwa gespielt. Es gibt natürlich noch viel mehr und ja, ich spiele diese Spiele sehr gerne, aber wir spielen halt auch andere Sachen. So, legen wir los. Tiefenrausch, welches vom Noctis-Verlag ist. Das ist so eine Reihe. Da gibt es auch hier mit Kosmos drauf. Das habe ich direkt von dem Ursprungsverlag aus Göttingen bekommen. Wir haben es gespielt. Ich habe noch einen zweiten Teil dazu. Genau, hier steht da Stillleben, heißt der. Das ist, glaube ich, ein älterer. Ich glaube, der ist älter. Also ich sage, der ist schon hier mit dem Kosmos-Buch drauf. Das zeige ich von Kosmos. Als Rätiexemplar spielen wir jetzt vielleicht bald. Das haben wir, wie gesagt, zuletzt gespielt gehabt, also im März. Schon ein bisschen her. So, legen wir los. Also, ist es eher ein Krimi- oder ein Exit-Spiel? Es ist eher ein Kriminalspiel. In dem Spiel ist es so, wir sind halt auf einer Insel, müssen was herausbekommen, was passiert ist und wir können uns auf dieser Insel bewegen. Besonderheit bei dem Spiel ist, es ist eines dieser Kriminalspiele, gibt es ja einige von, wo man nicht alle Informationen am Ende bekommen kann. Das heißt, man kann an verschiedene Orte gehen und muss dann oft Entscheidungen treffen. Wenn man die eine Entscheidung trifft, dann zieht man halt eine bestimmte Karte. Man hätte eine andere Entscheidung treffen und eine andere Karte ziehen können. Was man dann meist nicht tut, das heißt, es ist ein Spiel, bei dem ihr ermittelt, aber nicht an alle Informationen kommen werdet. Okay, also es liegt so ein bisschen daran, welchen Weg ihr gehen wollt. Für uns ist es ausgegangen. Also, wir haben am Ende auch es richtig rausbekommen. Kann das natürlich durch einmal ausspielen jetzt nicht sagen, ob da jeder drauf kommt. Aber für uns hat es funktioniert. Genau. Ja, sie sagen hier für Escape-Roof-Fans, ich finde es ein Krimi-Spiel. Ja, und weniger ein Escape-Roof-Spiel. Macht man was kaputt? Nein, macht man nicht. Das ganze Ding bleibt heile. Braucht man das Internet? Ja, braucht man. Auch das Handy. Ganz beeindruckend, die haben, also neben verschiedenen Webseiten, das kennen wir ja auch aus anderen Sachen, gibt es hier sogar, ich glaube, einen exklusiven Song. Also, es geht auch ein bisschen um Musik und es gibt einen Song. Also, das hat mich sehr beeindruckt. Also, ich glaube, das ist extra für dieses Spiel gemacht worden. Sehr cool. Spieldauer, was steht drauf? 120 Minuten oder sowas? Ne, zweieinhalb Stunden bis dreieinhalb Stunden. Mega realistisch. Also, in dreieinhalb Stunden haben wir es auch durchgespielt. Insgesamt drei Stunden habe ich mehr aufgeschrieben. Spielerzahl, wir haben es zu viert gespielt. Hier steht ein bis sechs Personen. Ist wie bei den meisten Kriminell-Spielen, ja. Wenn man da gut klar kommt miteinander und mal immer wieder die Sachen verteilt. Ja, im Kern, und das ist vielleicht auch noch eine Besonderheit, ist es vor allem ein kartengetriebenes Spiel, weil man halt immer wieder Karten freischaltet. Auf der anderen Seite hat man aber auch eine Karte mit dabei. Und die Rätsel finde ich hier auch sehr gut. Das kann man vielleicht auch nochmal als Punkt mit reinnehmen. Die Rätsel, da ist so die Frage, ob realistisch oder unrealistisch. Ich finde, die Rätsel sind sehr schön mit der Geschichte verknüpft gewesen. Also, logische Rätsel, die in so einer Kriminalermittlung wirklich aufkommen können. Ja, so geht es um Dinge, die in so einer Insel wirklich thematisch sein können. Deshalb realistisch oder unrealistisch. Grundsätzlich ist die Geschichte schon realistisch, obwohl sie auch ein paar humorvolle Züge hat, so wie wir das ja von der Hingames-Reihe und so kennen. Also, Humor ist ja auch mit am Start. Ich muss sagen, wir fanden die Auflösung. Wir sind zwar drauf gekommen, aber das war schon... Also, ich finde das nicht so sehr realistisch, dass das so passieren kann. Es ist schon sehr konstruiert. Das ist vielleicht das richtige Wort. Es wirkt für mich sehr konstruiert. Man kommt drauf, also kann drauf kommen, aber es wirkt auch für mich zu konstruiert. Um jetzt wirklich realistisch zu sein. Obwohl ich jetzt nicht sage, das ist unmöglich. Das kann schon passieren. Ja, aber wir fanden es unrealistisch. Das Niveau Mittel, würde ich sagen. Also, es ist kein großer Einstieg, Sir. Das heißt, Einsteiger können bei dem Fall auch überlegen, mitzumachen. Die Frage ist nur, ob sie auf das am Ende dann kommen, wenn man nicht so viel Erfahrung mit diesen Kriminalspielen hat. Das weiß ich nicht. Experten können das auch spielen, aber ich glaube, da gibt es härtere Fälle auf dem Markt. Und Tiefenrausch ist so ein Mittelding. Also, das könnt ihr mit Leuten spielen, die nicht so viel Erfahrung haben. Fazit. Und da will ich zwei Sachen sagen, die mir gefallen haben, die mir nicht gefallen haben. Was hat mir auf jeden Fall gefallen, ist die mediale Aufbereitung. Also, die ganzen technischen Sachen mit den Songs, die Webseite, Spielmaterial allgemein. Top. Richtig gut. Hat mir richtig gut gefallen. Was mir nicht so gefallen hat, neben dem, ja, für mich ein bisschen unrealistischen Ende, ist hier der Punkt mit den begrenzten Möglichkeiten. Detective von Pegasus oder Portal Games gehört zu einem meiner absoluten Lieblingsspiele in diesem Bereich. Aber eines meiner Meinung nach ist auch, dass man nicht alles sehen kann. Und hier, also bei Detective kann ich es noch verstehen, weil wir wirklich so ein Zeitmanagement mit dabei haben, was sie mit eingebaut haben. Das haben wir hier nicht. Und ich verstehe nicht, wenn wir jemanden etwas fragen, können wir halt nur eine Frage stellen. Teilweise nicht die zweite. Warum kann ich die zweite Frage nicht stellen? Das finde ich künstlich begrenzt. Spielmechanisch mag das Sinn ergeben. Aber, ja, das war für mich dann eher etwas, was ich nicht so schön finde. Also, da finde ich Kriminalspiele besser, die das anders lösen. So, nächstes Ding ist nicht ein klassisches Kriminalspiel und ist auch schon sehr alt. Aber ich will auch noch mal drüber reden. Koala. Hier kriegt jeder ein eigenes Comicbuch und wir übernehmen verschiedene Charaktere. Das Spiel kann man sagen, also ist auch ein narratives Spiel gewissermaßen. Ein Deduktionsspiel. Es ist so eine Brücke zwischen Kriminal-Detektiv-Spiel. Wir entdecken gemeinsam halt diese Welt. Jedes dieser Bücher zeigt an sich fast die gleichen Seiten. Aber man sieht andere Dinge mit anderen Zahlen, zu denen man dann weiter blättert. Also man blättert ganz viel in diesem Buch. Internet braucht man nicht. Handy braucht man auch nicht. Spieldauer für so einen Fall 90 Minuten. Ja, 45 bis 60, sagen sie gut. Wenn man es öfter spielt, kann das schon sein. Niveau für Kinder ist ab 8 oder ab 7. Genau. Kann ich mir gut vorstellen, auch mit meinem Sohnemann das bald mal anzugehen. Realistisch, unrealistisch, ist eine Fantasiewelt. Das Spiel, und da kommen wir zum Fazit, das können wir hier recht kurz machen, lebt davon, dass man Lust drauf haben muss, das öfter zu spielen. Es ist nämlich so, man findet halt bestimmte Dinge und schaltet die frei für den nächsten Durchlauf, um dann an bestimmten Spots, wo man nicht weitergekommen ist, weil man nicht die Hilfsmittel hatte, dann die Hilfsmittel einzusetzen und dann weiterzukommen. Also das ist ein Spiel, was eigentlich im Kern mehr oder minder immer die gleiche Geschichte erzählt, aber ihr immer wieder zurückkehren könnt und immer weiter sozusagen kommt. Im PC-Spielen gibt es ja auch so Genres, die genauso aufgebaut sind. Und das müsst ihr hier wollen bei dem Spiel. Das kann man als Stärke oder als Schwäche sehen, je nachdem, was man dort halt haben möchte. Ich glaube, mit Kindern, um so in diese Welt von Abenteuerbüchern vielleicht so ein bisschen einzuführen und die gemeinsam zu spielen, echt tolles Spielmaterial. Also er sagt, hier sind, können wir aufmachen, halt neben einer coolen Karte, wo man da noch hinreisen kann. Also da variiert das dann schon ein bisschen nochmal. Aber hat jeder Charakter hier so ein Heft. Top. Ja, und die Charaktere unterscheiden sich auch nochmal ein bisschen. Der eine kann mit Tieren sprechen und andere ist kräftig, andere sind Rätselkündig, etc. Also da gibt es verschiedene Sachen, die dort mit eingebaut wurden. Ja, cooles Ding, seit schon ein paar Jahre alt. Aber wir haben es jetzt endlich mal auf den Tisch gebracht. Dritte Ding, Hidden Games, tödliche Überfahrt. Das ist einer der neuesten Fälle vom letzten Jahr, auch ein Rätselexemplar gewesen. Legen wir los. Wir sind bei Hidden Games. Das heißt, wir haben, obwohl die auch ein bisschen in die Exit-Spielreihe auch schon gegangen sind, aber es ist ein klassisches Kriminalspiel. Typischer Briefumschlag. Ich habe es in der Schule, deshalb habe ich es jetzt nicht mit. Ihr zerstört nichts bei dem Spiel. Ihr braucht auch das Internet-Handy, so wie wir es von Hidden Games auch kennen. Es ist halt wieder hier typische Kriminalgeschichte, die sie dort haben mit bekannten Protagonisten. Spieldauer, ja, drei bis vier Stunden. Wir haben es an meinem Geburtstag gespielt gehabt. Am Abend, ja, drei bis vier Stunden, denke ich, war ganz realistisch. Die Spieleanzahl, wir haben es zu viert gespielt. Auch hier wieder, ja, kommt drauf an, wie ihr damit klarkommt. Man kann es problemlos in meinen Augen zu viert spielen, weil es genug Informationen gibt, die jeder überlegen kann, die man aufteilen kann. Ganz viel Material, wie es üblich ist bei diesen Spielen und das Material, Materialqualität ist. Nach wie vor Top Hidden Games ist da immer noch der Maßstab, finde ich. Niveau? Mittleres Niveau bis Experten-Niveau. Und da komme ich gleich mal zum Fazit. Hidden Games-Spiele gefallen mir allgemein immer sehr gut. Wenn ich jetzt sagen würde, was mich am ehesten noch stört, ist manchmal ein bisschen der Humor. Der ist gut, der macht auch Spaß, aber manchmal bin ich einfach mehr in der Stimmung für so einen Ernstensfall. Also dieser Humor des Detectives, der sich dann manchmal selbst befallräuchert und der eigentlich dieser Tollpatsch, der Depp eigentlich ist, der uns braucht. Ja, das haben wir jetzt verstanden, wenn man mehrere Fälle gespielt haben. Und ja, manchmal rollt man dann einfach nur mit dem Auge. Nichtsdestotrotz toll eingesprochen und in einer guten Qualität, sehr guten Qualität. Was mir hier besonders gefällt und was mir ein bisschen, zumindest bei den Hidden Games, jetzt neu vorgekommen ist oder in der Form war, es gab eine gewisse Exploration, also tödliche Überfahrt. Wir sind halt auf dem Boot und nach und nach können wir halt unseren freundlichen Ermittler in die verschiedenen Kabinen schicken und erhalten dort neue Informationen. Das heißt, wir haben so einen Explorationsaspekt, dass wir nicht am Anfang alles sehen, aber anders als bei Tiefenrausch haben wir hier trotzdem an alle Informationen zu kommen, so wie wir es von den Hidden Games Spielen auch kennen. So, dass ich Fazit sagen kann, hat mir wieder sehr, sehr, sehr gut gefallen. Also ich mag diese Hidden Games Reihe sehr. Material, sei es die Vertonungen und was ihr dort alles habt, ist wirklich top. Es war auch wieder mit Überwachungskameras, wenn ich mich nicht ganz täusche. Na, schon ein bisschen her. So, nächstes Ding. Ist vielleicht eins, was halt nur so halb in die Kategorie zu sein, zu fallen, scheinen zu fallen mag, nämlich Perspectives. Habe ich schon ein eigenes Rezi-Video zu gemacht. Rezensionsexemplar von Asmodee gewesen. Das ist ein Spiel, ihr habt insgesamt drei Fälle drinnen. Der Tutorial-File spielt außen auf der Box, deshalb will ich die euch gar nicht so lange in die Kamera halten oder spielt teilweise außen an der Box, kann man sagen. Ist ein Spiel, in dem wir Karten bekommen an Informationen über verschiedene Fälle. Das geht über verschiedene Akte. Das finde ich auch sehr angenehm. Jeder Akt dauert so 10 bis 20 Minuten, je nachdem, wie lange ihr die Diskussion mit aushört, sodass man an einem Abend eigentlich so ein Akt, so ein Spiel, so einen ganzen Fall, eigentlich ganz gut durchspielen kann. Ist vor allem im Kern ein Deduktionsspiel, was noch ein bisschen ablenkt von anderen. Also es geht, die Geschichte passiert vor allem darüber, dass ihr anhand von Bildern rekonstruiert, was dort passiert ist. Und jeder hat eigene Karten auf der Hand, die ihr nicht den anderen zeigen dürft. Da ist nochmal ein Unterschied zu den anderen Spielen. Das ist noch stärker dieser deduktive Aspekt. Sondern ihr könnt sie auch beschreiben. Also ihr könnt sie sich ansehen. Dann gibt es halt verschiedene Perspektiven auf ein und dieselbe Situation. Uhrzeiten können relevant sein. Sonnenstand, Windrichtung, was auch immer. Alles mögliche kann relevant sein. Und das ist cool umgesetzt. Aber, und das ist so ein bisschen die Einschränkung, die man hier punkten muss bei der Spielerzahl. Ihr könnt das mit unterschiedlichen Spielerzahlen spielen. Wir haben zu viert, zu dritt und zu zweit gespielt. Und für mich hat sich deutlich gezeigt, war nicht immer derselbe Fall. Aber zu zweit ist es am einfachsten, weil ihr die Karten, ich glaube es sind immer zwölf, die verteilt ihr halt auf alle Spieler. Und zu zweit hat jeder sechs Karten. Das heißt, ihr seht verhältnismäßig viel selber. Wohingegen, und wir haben eine direkte Kommunikation halt 1-1. Wohingegen, wenn ihr mit vier Leuten zum Beispiel spielt, kriegt jeder ja nur drei Karten. Man sieht halb so viel wie halt bei zweien. Und das heißt, man ist deutlich stärker in der Kommunikation, was erstmal ganz cool ist. Aber es ist dadurch auch deutlich schwieriger. Also der Schwierigkeitsgrad steigt in der Hinsicht normal. Sodass man sagen kann bei der Frage der Schwierigkeit, würde ich sagen, wir sind im mittleren Bereich, weil es ein paar Sachen gibt, die schon schwierig versteckt sind und auch ein bisschen böse sind. Schön ist, dass nach jedem Akt immer aufgeklärt wird, ob man halt gut dabei ist oder halt nicht. Also das heißt, es ist nicht so, dass ihr euch am Anfang schon verrennt und dann später keine Chance mehr habt. Das haben sie gut durch dieses Portfolio aufgemacht. Also ich würde sagen, wir haben hier einen Kriminalspiel-Exit-Aspekt haben wir hier weniger. Wir zerstören nichts. Wir brauchen kein Internet und kein Handy. Ähm, ähnlich wie bei Koala. Spieldauer habe ich schon gesagt. Spielanzahl habe ich auch schon gesagt. Niveau habe ich schon gesagt. Realistisch oder unrealistisch. Ach so, bei Hidden Games kann man sagen, ja, realistisch. Ja, realistischer wobei manche der Sachen spielerisch konstruiert sind. Ja, das ist gar nicht mal so als böser Negativpunkt gemeint, aber das ist, ähm, das liegt manchmal in der Natur der Sache, dieser Art von Spiel, um halt coole, abwechslungsreiche Rätsel zu bekommen. Also sehr geil finde ich wirklich die Idee. Das gefällt mir extrem daran. Ähm, was man als negativ aber bewusst sein muss, das ist jetzt nicht das klassische narrative Krimi-Spiel. Deshalb ist es so ein Zwischending hier. Aber es ist auch kein typisches, wie, 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 wie andere Spiele von, von, äh, von Space Cowboy oder von Rappers oder was auch immer, die jetzt irgendwie Party oder sowas da sind. Das ist es nicht. Ne, also man muss da schon Bock drauf haben als, äh, ganze Gruppe und sich konzentrieren auf diesen Fall und sehr genau hinschauen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. So, dann, äh, ich glaube im Deutschen heißt das Ding Fluch, äh, aus der Dunkelheit, oder Flucht aus der Dunkelheit heißt es, glaube ich. Ähm, bei Moses erschienen. Ich blende es euch hier oben ein. Habe ich nicht mehr da. Denn, das kann ich mal sagen, das ist eher ein Exit-Spiel, ähm, in dem wir in eigentlich einer festgelegten Zeit aus einem Ort ausbrechen müssen. Wir zerstören das Material. Deshalb ist das Spiel auch nicht mehr da. Nicht, weil es schlecht war und sofort weg musste, sondern einfach, ja, nahm Platz weg. Ist auch schon ein bisschen länger her, dass wir es gespielt haben im April. Und, ähm, genau. Also man zerstört hier, indem man rubbelt, indem man bastelt. Also ich habe am Anfang noch gesagt, okay, das mit der Rubbelei, das kann man sich ja vielleicht schenken. Weil das Rubbeln ist vor allem gedacht, um Tipps zu bekommen oder um die Lösung herauszubekommen. Aber man macht die Dinger und schneidet sie auch. Also ihr macht das Spiel kaputt. Also das ist kein Spiel, was ihr weitergeben könnt. Was ich halt sehr schade finde und für mich schon mal ein Manko natürlich ist. Ähm, weil ich das eher mag, halt, ähm, nachhaltiger die Spiele weiterzugeben. Internet und Handy braucht ihr für dieses Spiel an sich nicht. Obwohl, obwohl das nicht ganz stimmt. Ich glaube, es gibt einen mechanischen Teil, wo man auf jeden Fall sein Handy braucht, weil das ist so mit so einem Klavier gemalt. Also ein Klavier darstellen. Das ist cool gemacht. Aber da braucht man doch. Also Handy braucht man schon. Internet, glaube ich, braucht man dafür aber nicht. Hat man nicht auf meinem Handy gemacht, deshalb weiß ich es nicht ganz genau. Aber ja, auf jeden Fall eingeschränkt. Also ganz anders als bei Hidden Games, wo man sehr viel mit dem Handy macht. Also ich habe mal verschiedene Rätselbücher. Material ist wirklich gut. Ja, ihr habt auch richtige Spielbretter. Also ihr baut auch richtig ein Dungeon ist das falsche Wort, aber ihr baut halt was auf. Das Gebäude, aus dem ihr sozusagen entkommen müsst. Spielerzahl, wir haben es zu viert gespielt. Auch hier, ja, finde ich zu viert. Mehr würde ich es vielleicht eher nicht machen, weil man doch sehr viel auf diese Hefte eingeschränkt hat. Also anders als bei Hidden Games oder bei Tiefenrausch, wo man recht viele Karten hat, gibt es zwar auch hier Karten, die man dann freischaltet, ja, aber die liest dann einer sofort. Es ist meist nicht so viel auf den Karten, sondern die Rätsel passierten durch die Hefte. Das ist echt cool verknüpft gewesen. Ich kann vielleicht auch noch mal sagen, der erste Teil, das ist gleich ein italienischer Originalverlag, Gefahr aus der Tiefe, war so ein U-Boot-Spiel, was mir sehr gut gefallen hat. Das war auch nicht narrativ, aber von der Geschichte ja kein starkes Spiel ist. Das war sehr Stereotyp. Aber die Rätsel fand ich super thematisch umgesetzt. Und ich muss sagen, ja, hier haben wir auch schöne thematische Rätsel. Eher in so einem Fantasy-Horror-Setting. Das hat mich aber nicht so überzeugt, wie das mit dem U-Boot. Das kann jetzt sein, ich bin großer U-Boot-Fan, dass mich das U-Boot-Ding mehr gecatcht hat und ich eigentlich sehr begeistert war, wie man diese U-Boot-Thematik doch in diese Rätsel eingebaut hat. Hier fand ich teilweise manche Rätsel, da saßen wir wirklich da zu viert und haben gesagt, nein. Also das weiß ich nicht. Wir wissen bei Menschen nicht, wie wir darauf kommen sollten. Wir haben sehr viel die Hinweise genutzt. Und wir sind eine Gruppe, die spielen sehr oft Rätselspiele und brauchen meist überhaupt keine Hinweise. Und ich glaube ja, waren es 22 Kapitel? Ich glaube ja, irgend sowas in der Richtung. Und ich würde sagen, mindestens ein Drittel davon brauchten wir Hinweise. Deshalb auch, Schwierigkeitsgrad auf jeden Fall höherstufig. Deutlich höherstufig. Was für mich aber manchmal wirklich, das ist wieder dieses, ne? Also hier sucht ihr teilweise auch das Rätsel. Was ist das Rätsel? Ja, das ist ja etwas, was ich auch nicht mag. Und das können wir gleich mal beim Fazit mit reinnehmen. Realistisch-Unrealistisch ist eine Fantasy-Sache. Es geht um Fantasy-Aspekte. Ich will jetzt nicht weiter spoilern, aber ja, es ist unrealistisch. Ja, Fantasy-Bezwungen. Aber das, wie es sich zusammenläuft, kann schon in einer Fantasy-Welt irgendwie Sinn ergeben. Okay? Also es ist jetzt nicht alles total unlogisch, aber ich sage, manchmal waren uns die Rätsel nicht ganz klar, wie man auf die Lösung kommt. Die Geschichte drumherum wird nicht gut erzählt. Das war bei U-Boot. Die Geschichte ist besser als von U-Boot, von dem U-Boot-Spiel. Aber sie wird nicht gut erzählt. Also da ist ein ganz großes Potenzial, was diese Reihe eigentlich noch hat. Denn die Rätsel an sich von der Qualität, das Spielmaterial ist richtig gut. Also das ist ein Spiel wirklich ganz klar für Leute, die eher in diese Exit-Spielrichtung gehen wollen. Denn die Geschichte gibt es jetzt nicht, dass man sagt, okay, ein cooler Kriminalfall. Hat für mich auch mal wieder gezeigt, ich spiele eigentlich lieber die Krimi-Spiele. Das heißt, das Ding war jetzt keine Enttäuschung oder es war schlecht, aber man muss hier schon deutlich wissen, was man bekommt. Und ich hoffe, das konnte ich euch so mit wiedergeben. Genau. Spieldauer ist noch ein wichtiger Punkt. Man kann das Ding sehr gut in zwei Teile teilen. Dabei sagen sie jeweils zwei Stunden oder jeweils 90 Minuten. Boah, weiß ich nicht. Also in der Zeit haben wir es sowieso nicht geschafft. Wir haben, glaube ich, beim ersten Mal anderthalb Stunden oder zwei Stunden auch gespielt und beim zweiten Mal auch noch mal zwei, zweieinhalb Stunden. Aber ich muss auch sagen, wir treffen uns da, also eines meiner Kollegen, das andere ist ihr Verlobter. Wir sehen uns dann teilweise halt immer nur einmal im Monat oder alle zwei Monate. Deshalb erzählen wir nochmal über andere Dinge. Wir sind da jetzt nicht so konsequent, dass wir dann auch Zeit spielen. Also da sind wir eh nicht so die Typen für. Deshalb kann, weiß ich jetzt nicht, auf die Zeit gestoppt, wenn man das da ganz genau nimmt. So. Und das letzte Spiel habe ich diese Woche erst rezensiert und veröffentlicht, nämlich Chronocops. Auch ein Rätselexemplar gewesen von Pegasus. Genau. Habe ich letztens auf das Spiel mitgenommen und mir haben ja der erste und zweite Teil von Chronocops sehr gut gefallen. Ist der dritte Teil, der auch mit der höchsten Schwierigkeit jetzt daherkommt. Und da muss ich sagen, die habe ich jetzt nicht gesehen. Ich würde das auch im mittleren Schwierigkeitsgrad sehen. Wir haben hier ein klassisches Kriminalspiel, könnte man meinen, mit immer einer Zeitreise-Komponente, viel Humor und es erinnert, sage ich immer wieder gerne, an die Adventure von Ludus Arts aus den 90ern oder Sierra, wie zum Beispiel Day of the Tentacle, was vor allem durch diesen Zeitreise-Aspekt reinkommt. Sehr skurrile Geschichten mit historischen Persönlichkeiten zumeist, die halt manche Dinge tun. Und das schafft das Spiel nach wie vor sehr gut, diesen Day of the Tentacle-Humor mit skurrilen Situationen, wo man auch berühmte Persönlichkeiten trifft, umzusetzen in dieses Spiel. Das klappt wirklich toll. Krankenspiel. Ihr braucht kein Internet, ihr braucht kein Handy. Spieldauer sind angegeben 120 Minuten bis 180. Ich glaube, wir haben es rund 120 gespielt. Wir haben es zu 5 gespielt, hat für uns super funktioniert, haben sehr viel Spaß gehabt. Deshalb lief es uns vielleicht auch allgemein besser, als wenn man es jetzt zum Beispiel zu zweit spielt. Da kann es mit der höheren Spielzeit schon gut hinpassen. Wir sind deshalb recht schnell auf die Lösung eigentlich von fast ein Rätseln gekommen. Ein Rätsel hat uns ein bisschen ratlos zurückgelassen. Und da sind die Erklärungen dann, also man kriegt dann zwar Hinweiskarten, die haben wir uns dann noch angeguckt, aber wir haben nicht wirklich verstanden, wie man darauf gekommen ist. Das war uns zu viel um die Ecke. Aber insgesamt fand ich den Fall angenehm von der Schwierigkeit, würde eher im mittleren und nicht jetzt in Richtung Expertenspiel oder was auch immer, oder Expertenkriminatspiel gehen. Das haben wir auch das Niveau erklärt, realistisch oder unrealistisch. Okay, wir sind im Zeitreiseaspekt. Das heißt, wir sind fantastisch unterwegs gewissermaßen, Science-Fiction-mäßig vielleicht unterwegs mit diesem Humor. Aber die Rätsel sind realistisch nachvollziehbar in ihrer Art und Weise, bis auf dieses eine. Ansonsten fand ich wieder sehr schön thematisch umgesetzt und auch dieser Einbau von diesen Rätseln. Und wenn die Frage kommt, was ist denn jetzt dann so Adventure-artig? Also ich kenne das vor allem aus den alten Adventuren auch, dass man ja oft an Orte kam, auf Sack McGregor und sowas, wo man an Orte kam und erst mal nicht weiter kam und erst mal woanders hingereist ist. Und das ist hier mit diesen Zeitreisekarten. Man reist woanders hin und muss sich dann merken, okay, uns hat da was gefehlt. Und dann schalten wir Gegenstände frei und sagen, okay, jetzt laufen wir dorthin. Und dann gibt es nochmal so eine Schablone, wo man dann testet, ob das dann klappt oder nicht, ob wir dann dort weiterkommen. Und ab und zu hat man auch dieses Trial and Error, dass man sagt, okay, das wäre mega witzig, wenn man das machen kann. Das hat jetzt nicht funktioniert. Da wird man bei dem Spiel dann mit so, ja, Zeitrissen oder wie das heißt, dort man bestraft, geschenkt. Aber das schaffen die auf erstaunliche Art und Weise, mir diesen Vibe von alten Adventuren zu geben, das in den kleinen Fall reingepackt. Was ich total spannend fände hier bei der Reihe, so mal als Gedanke, fände ich, die sind ja alle, also wir spielen immer in dieser Agency und es ist immer der gleiche Bösewicht im Großen und Ganzen. Ich fände es richtig cool, wenn die mal ein paar Fälle rausbringen würden, die so inhaltlich direkt miteinander verknüpft werden. Oder so eine große Box, ja, für mich ist eine große Box mit drei so einen Fällen drin, die miteinander verknüpft sind. Das sie ja nicht einfach, aber von der Story vor allem her so offen an der Aufbauung wie verschiedene Akte. Das fände ich richtig cool, denn diese Art des Spiels gefällt mir nach wie vor. Die Umsetzung ist wirklich toll, das eine Rätsel geschenkt. Vielleicht haben wir uns einfach nur doof angestellt, dass wir es nicht verstanden haben. Aber ansonsten weiterhin auf sehr hohem Niveau und diese Chrono-Korps-Reihe, die ersten drei Teile mit ansteigender Schwierigkeit gefallen mir sehr gut. Ich würde den eigentlich auf einem ähnlichen Schwierigkeitsgrad sehen wie der zweite. Ich glaube, das war Da Vinci. Der erste war Einstein, der zweite war Da Vinci. Genau, und der erste ist als Einstieg aber auch sehr gut. Beim zweiten da hatten wir auch ein paar mal ein paar Sackkassen, was man halt von diesen alten Adventures auch sehr gut kennt. Gut, haben wir die sechs Dinger durchgegangen. Gebt mir bitte Feedback, ob euch das mit den Kategorien gefällt. Wenn ihr noch weitere Kategorien wollt, haut's raus. Dann packen wir die hier noch mit rein. Also André, dir nochmal vielen Dank für den Hinweis. Ich hoffe, dass euch das hier insgesamt hilft bei den Entscheidungen der Spiele. Ich hoffe, es ist auch für euch cool, dass ich mit Perspectives und auch Koala nochmal so zwei Spiele aus einem Randbereich dieses Genres, vielleicht kann man es am ehesten sagen, mit reingenommen habe. Also gerne Feedback mit rein. Auch gerne, wenn ihr die Titel gespielt habt, denkt aber bitte daran, spoilerfrei zu sein. Wir werden in zwei Wochen, wenn wir wieder unsere Krimi-Runde zusammen haben. Mal gucken, was wir dann spielen. Ich habe schon ein paar Sachen auf dem Schirm. Also ein paar Sachen sind noch da und dieses Jahr in Essen wird wahrscheinlich auch wieder ein einiges Neues erscheinen. Also ich hoffe, euch gefällt das Formular. Ja, lasst ein paar Kommentare da. Ich wünsche eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.